Boah, ja soweit. Ja, die Frau ist eh das letzte. Mit Hirtle. Was war's jetzt für ne scheiß Fuhre? Ich hab ich, ich hab das sind 7, 6, 8, 9. 7 plus 6 plus 8 plus 8 plus 9. Die Antwort lautet 38. Tschüss. Okay, bis dann. Beim Forzkopf von Teil 15 hat der Dicke da 40 gehabt. Aha. 40 Missione. Weil das eigentlich scheiße bei Fähigkeiten sind ja Aufträge. Wo ich doch 70 hab, äh, boah, wie hab ich da? 34, 5, 1, oder das sind, das sind 34, 34, was, äh, das ist kaputt zu rechnen. 34 plus 5 plus 21 plus 7 plus 16. Das ist 83. Pff. Tschüss. Pass auf dich auf. Ach, leck mich doch im Arsch. 83, hab ich den, hab ich den Dicke überholt oder was? 30, wenige Missionen hab. Alter Schwede. Äh, nee, jetzt haben Container sind es immer noch 5 und scheiß ADR sind es immer noch 7. Ich glaub, die sind nur bei dem einen, bei dem einen After. Scheiß Krane. Container kann mir halbwegs erkennen, aber ADR? Ja, hm. Ja. Das ist wohl jetzt, äh. Was hatte ich mit Pen? Ah, jetzt bin ich an der besteigen Blendung grad gekommen. Da ist doch Pen-Station. Ja, ja, oder lass mich. Ja, du Drecksack. Rast halt mich rein, wenn, wenn, wenn ich umdrehen will. Konnte Scheiß Einblendung nicht. Sekunde vorgekommen, bevor ich abgebogen bin hier. Okay. Jemand hier kurz auf dem Parkplatz. So, schlafen. Was? Was machst du mit dem Geduldensspiel? Was? Was machst du mit dem Geduldensspiel? Was? Was? Hm? Was? Also, ich mein, in dem Sinne, äh, weißt du auch, ob das was bringt oder nicht. Oh, das ist falsch verstanden, du Deckel. In dem Sinne, ob du so schlau bist, wenn du das und das Viech macht, ob du weißt, ob das was bringen könnte oder nicht. Ja, das reicht mir nicht. Wieso muss, muss aufritzen? Wieso kriegst du uns nichts? Ja, das war ja. In der Scheiß Arena, hat nur 10, bei 15. So war es passend. Nein, ich meine, ob das schief passen gewesen wäre für irgendwas. Alles klar. Ja, fahr doch zu. Jetzt schon wieder die, die scheiß Sample. Ach, komm. Was? Nee. Ich spiele jetzt das. Ja, ist doch so. Ich habe oft bei so vielen Spielen, wo nur zwei Trophänen einfach aufgehört. Und das sind halt so Spiele, wo ich ganz Bock habe. Ah, danke. Wie zum Beispiel Handball, Tennis, ein bisschen mehr. Aber Handball, ja, genau. Anführungsstrichen nur zwei Saison-Szenen. Das ist jetzt viel an. Ist es auch. Aber so gesehen, blingenmäßig, ja. Zwei und der Meister und noch ein, zwei andere Dinge. Und da ging ja von Anfang 18. Jetzt habe ich auch ein zweiter Tag hin gerotzt, Alter. Und dann, ja. Jetzt haben wir fast täglich da mit Dave und so gespielt. Ja, so ungefähr war es so, wo wir jetzt aufgehören. 14, 15. Und jetzt dreht der Burschen von über 30. Der Rumpf, der hat ja bessere Waffe, dann sagt das Level fast überhaupt nichts. Ja, Alter. No beschissen oder ganz nett, oder? Kannst du vielleicht so einen Auftrag, die wie was von TUS gemacht? Der komische. Hut. Ich bin beim zweiten. Vorher habe ich den ersten Mal gesehen, wo das komische gelbe Teil da auf dem Anhänger drauf war. Wie immer so ein Scheißding, wo mitten in der Einfahrt steht und dann wie voll bin ich nicht umdrehen muss. So ein Grauer. Ja, habe ich vorher auch gelesen. Stimmt, ich bringe den Anhänger nach Mithem. Nach Mithem. Wie viel steht da? Acht Kilometer oder was? Ja, ganz rund zum Anfang, wo das Spiel anfängt. Da steht der Anhänger doch voll behindert da oben an der Einfahrt. Ja, und ich fahre jetzt nicht um mit dem Roten. Alter. Da brauchst du ja 80 Jahre. Dreh dich doch mal. Mann, vor und zurück, vor und zurück. Ey, da habe ich ja im Geben schon 5 Kilometer gefahren. Ich fahre gleich der Buckle runter, dann dreh der unten um. Auf der Schiene 2 Autos im Weg. Alter. Da machst du doch schon halber Schade. Zum Glück gibt es dann nicht viele auf Zeit. Oh. Ey, meinst du, ich krieg den gedreht? Nein. Alter. Ey, mit dem in der Tankstelle rein. Leck mich ab. Dreh dich doch. Ich beiß aber, dann muss er wütend sein. Ich beiß er nicht schweißig. Alter. Alter. Geht doch. Das ist abartig in einem Teil. Genau. Da holen wir ein paar die Kopf, dass er. Ich treffe ihn gebrochen, um noch eine scheisse Ecke da reinzuparken. So dann mal in die Lücke reingekommen ist. Und mit dem Geben einfach rumlängst. Genau wie hier. Um so scheisse Stangen. Alter. Vor und zurück. Vor und zurück. Aber das wird mir nicht. Nur wie jetzt. Die Kurve, die ich mit 30, 40, mit dem Gelben nehme. Ohne. Und du gehst das Gas weg und fertig. Und hier muss. Alter. Ja. Denk. Komm halt in Schleidern wie auch für zwei, drei Videos der Link. Ja stimmt. Bei so einem geilen Video wo er rübergekauft ist. Fällt auch mit so einem Ding wo es so bergrunde ging nach der Autobahn. Ja. Wisch auch mit 50 so einer Kurve gelenkt wo du auch. Dachtest. Ja. Du würdest jetzt bestimmt hinten deine eigene Ecke wegknutschen. Wo es sich auch um die halbe Achse gedreht hat. Und das. Ja. Deswegen. Ja. Da muss ich. Jetzt recht ich würde das Spiel nicht peilen. Da musste ich mich auch schon halt so einige Mal beherrschen. Ja. Du bleibst einfach nur ruhig gegenüber zu mir. Ja. Ja. Ich sag ja schon. Ich sag ja meistens nicht nur mal. Spiel was anderes. Ja. Aber wenn das Spiel schon eigentlich nicht peilt. Pisse es einen halt noch mehr an. Du denkst halt erstmal wenn ich es nicht von dir kenne. Ist man so dumm oder wie sagt es das Ding. Das Ding ein verarschen. Alter. Und der Ecke ist schön. Und ich fahre nur. Ich fahre nur. 40. Und der Ecke schaukelt. Alter. Alter. Das ist immer feierlich. Das ist immer feierlich. Ja. So eine Scheiße hast ich auch immer. Sei doch gerade da und wenn ich ihm nicht helfen kann. Hoch runter. Hoch runter. Hoch runter. Daubebrücke und bla. Was? Ah. Ich sag nur ja. Das ist mir einfach. Das ist gleich. Das ist mir dann. Ja. Ja. Ich hab so verwirrenden wie du. Da hoch. Da runter. Da links. Da rechts. Da hat es dann Brücken. Aber unter der Brücke kannst du auch dackeln. Aber unter der Brücke geht der Weg nicht weiter. Wenn du. Jetzt. Hast du was gespielt? jetzt sauerer biegen können du Lama Spiekrücke die Schäden ORF dann zwei folgen pro sieben dann halbe Stunde Schule dann habe ich da draußen Donner gesehen weil ich da 3 für 7 Stufe 2 von dem roten ah besserer Motor passt ist er sauerknapp die Leiblande knutscht scheiß Berg boah man ist da ein Verkehr ey dein scheiß Berg hoch wo uns gleich uns wieder Lieblings anbekommt kann ich wieder über rotrasen ja fahr doch zur mann 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 das hebt er gleich hinten am Arsch aber ich kenne das ehrlich ich hab keinen Bock um die Kurven zu beholen vom Gegenverkehr ja komm big up abgebogen 2 da hoch geil geil ja lass mich doch mal Ruhe ich kann es machen wenn ich das so schwer drehen muss ist muss ich Depois jetzt Ah, dann gucken wir uns halt um halb eins an. Schon zehn Minuten an, da die Summer Hoster Stars. Wie es wissen tut, war immer die Äußer. Ist schon wieder auf. Die Bigs von da oben, die bläst schon an, aber nichts drin. Und letztlich wieder fort. War der Mittag auch so. Vorher, wo ich die anderen gesteckt habe, war sie noch an und seit fünften ist sie weg. Wir waren bis fünfte, deswegen sehe ich es halt immer. Weißt du, äh, dein Nichte und unten, dein Nichte ist dann Polo. Und noch zwei andere. Naja, komm, Tugat hat noch langsam einen Berg da hoch, ey. Alter, Mann, Mann, Mann. Jetzt guck mal, ich finde die Mix-Ampel. Die bescheiß eh am Ende. Dann bin ich schon da, wo es gerade ausgeht. Ja, zwei Kilometer noch. Uh, ich kann nicht wieder was erweitern. Reifen abnutzen. Reifen abnutzen. Oder Motorverschleiß. Ne, warte mal. Guck mal, wie ich mich kriegen. Oh. Wenn ich wieder hoch fahre, könnte ich mir Garage kaufen. Aber, Bring-To zeig's eigentlich eh nix. Und dann müsste ich gucken, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich ins Spiel da reingehe, wo man dann anfängt. Wenn man dann da oben anfängt. Aber wenn man unten will, ist er natürlich auch behindert. Dann wäre natürlich die, die, die erste Garage besser. Das ist so der Scheiß. Was? Du hast noch keine gekauft. Ja. Was bringt das? Ja. Wieso fängst du, äh, 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 immer noch da unten an? Wie, 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 wenn man das Spiel neu startet? Wie, 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 wenn man das Spiel neu startet? Ja, jetzt kommt die Ampel. Jetzt darf ich, jetzt darf ich, jetzt darf ich wieder drüber rasen. Ja. Ich weiß nicht, dass sie scheiß bescheißt. Genial. Ja, aber zweifach. Was? Kennst du halbwegs von unten? Also, meine Dinge, die ich oft rote. Ich musste davor abbiegen, also ich bin jetzt hochgekommen, ja, den Berg runter, weil ich von unten angefangen habe und da ja Aufwerk annehmen wollte, ja, da wo ich dich eingeladen habe. So. Und dann bin ich abgebogen. Ja, war aber auf den Gegend. Boah, was trafst du mich, du Depp? Von hinten, du sick. Ja, bin abgebogen und dann hat's geblitzt. Stunden. Schnell ist es hoch. Ja, fahr doch. Ja, boah, was wird das? Dann blink doch, dass du abbiegen willst, du Depp. Mann. Arsch mit Ohren. Ja. Nochmal zur Segel. Hochwärtsweise ist heilwegs nicht, von der anderen Seite kam ich noch nicht. Aber den sind beim Abbiegen so gesehen, ja, und die geradeaus. Aber den sind wenigstens, wenn man das Spiel ganz neu startet oder den sind, der neu anfängt. kennt's ja. Und meinst du, da fängst du trotz gekauft von Scheiß Augemann an? Wenn du, sagen wir mal, beendet hast und gespeichert, ja, so, wenn du da speicherst, wo der LKW rausgeht, oh ja. Jetzt geht die Scheiß Kurve nicht mit mir in der Scheißkache. Oh, kommt er jetzt da her? Wie viele haben wir? 80. Bisschen schräger. Boah, leck mich da ran, was denn da? Ne, das reicht mir. Da bin ich 80. Ja, fix, loja. Das krieg ich keine 80 mehr hin. Hier ist Postklasse. 80, 90, ja, ne, 90. Und das schaff ich nicht. Also, wenn ich jetzt unten, wenn ich unten rauf fahre, ja, so, der schneitsch. Da kann ich doch abbiegen, da kommen wir an dieser Scheiß Berg. Nur wenn der natürlich von dem Berg hochkommt, ist ja die, wo nicht grün wird. So, wenn ich geradeaus ist, bin auch schon oft nicht grün geworden. Ja, so, also, und ich bin geradeaus ist und sollte aber abbiegen, in dem sind den Berg, wo, wenn man von oben kommt, nicht rot wird. Also, wo ich abgebogen bin, es war aber in dem Sinne grün, ja, hat's geblitzt. Ja, weil die gegenüber mir ja nicht grün wird und ich war, und ich war im Gegenverkehr. Und weil das Scheiß Ding so lange Wände punktet, war ich auch vielleicht auf der, auf der Straße, von der, die, die nach oben geht. Schnalltsch. Ja, vielleicht war es hier aber auch noch auf der Spur, äh, wenn musstest du da noch nicht abbiegen, mit dem Roten. Vielleicht war es aber noch auf der, auf der Richtigen Spur. Ich war, weil ich so lange, wenn der Punkt ist, bin ich mit dem kompletten Anhänger, äh, Ja, jetzt werde ich es gleich wieder sehen, jetzt muss ich da wieder vorbei, weil ich den nächsten Anhänger von da unten zu der hoch springen soll, ja. Ja, jetzt fahr ich gerade aus. Jetzt kommt der nächste Trottel. So, jetzt fahr ich auch, ja, im Gegenverkehr, ja, Schnauze ist nicht dafür, dass so einen scheiß Wendepunkt hat, jetzt bin ich auch wieder im Gegenverkehr, jetzt bin ich auf der Gegenspur ein Link und die, wenn das Wasser nicht immer ist, rot ist, macht's blubb. Ich teste extra mal, dann lade ich es eh hoch und dann zeige ich dir genau, bei welchen Minuten ist das. Oh, pisst du es auch wieder, schau ich mich an. Brimst, 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 die wird eh rot. Jetzt biege ich mal ein. Ich kriege die Kurve nicht anders da. Ja, blubb. Fahre über rot. Ich kriege die Kurve nicht anders da. Es ist keine Absicht. Ich hätte ein bisschen anders zu bremsen können, vielleicht hätte ich es gekriegt, aber 5% haben wir es ja auch gehofft, dass du es dann ziehst. Jetzt weiß ich auch, wie es hier war. Am vorigen weißt du jetzt nicht, welche Minute. Ah, da weiß ich ja, wo ich stehe. Und es ist fast nicht anders da möglich. Außer vor, zurück. Aber wenn du hinterher ein Auto stehen und du fährst vor, zurück, vor, zurück, fahr'n dir an dem Moment, wo du zurückfährst und du vorfährst, fahr'n sie wieder nahe den Arsch'n. So kannst du gar nicht mehr ein Stück weiter zurück. Und da ich an der Rot-Ampel stande, habe ich einen viel anderen Kreis, wie wenn ich da mit Geschwindigkeit angekommen wäre. Wahrscheinlich auf der richtigen Spur. Vorher stand ich auch noch auf der falschen und hab so gesehen noch einen großen Wendepunkt gehabt, um reinzulenken. Und trotzdem war ich ein Stück auf der Gegend fahrbar. Das ist, weil du hinter der Ampel bist, mit deinem AKW. Ja. Oh. Was sind wir jetzt in Tränen? Macht's blubb. Ah, jetzt lege ich. Ja. Fahrt zu. Da steuert man zu Zahnertag, der schon noch nicht hängen geblieben ist. Schraubding. Zwei hat das Knie jetzt schon hängen geblieben. Ich hab'n je grad speichert, dass man je schnuppt. Das soll mal sonst hängen. Schraubding. Oder wenn ich Cutte zu oft mache. Ich kenn' das scheiß Ding schon. Komm' ich hab'n eh bei Pilate. V ist das letzte. Also was aufgeht. Was offen ist. An der Tür braucht der Krabmarkt, äh, ja. Durchschnitt 24 Stunden. Aber ich spiel' doch, wenn ich die Zeit erbringe, ist schon länger. Aber ob der Platin hätte, der hat dann noch alle Aufträge fertig. Ist die Frage. Aber glaube ich nicht. Ich hab' keine roten bei denen gesehen. Ich hab' nur noch alle, äh, knapp 40 Teile. Aber wenn's durchschnitt 30, 40 Minuten dauert, äh. Ich hab' jetzt auch nicht angeklatzt. Vielleicht 7, 8. Aber es kann mir denken, dass die Frau das letzte ist. Das sieht man eigentlich bei der Mission schon. Wo die Zeichen sind. Und auch daneben, wo die gelben Zeichen sind, wenn einer auf PC spielen, brauchen wir eh nicht klotzen. Gibt es kein Blink. Wenn nicht jeder nach der Mission die Karte zeigt, da weiß ich eh nicht, was ein AD oder sonst so ein Anhänger ist. Container kann man sich ja noch ausmalen. Boah, Alter, du kommst. Ja, da steht das wie ein Auto. Wenn die Lüge in der Ohren kommt, wird es auch schon zwei. Man, du zingelt mich halt ein. Das ist so das Ferngesteuer der Computer. Dass die was denken könnten. Nein, warum auch? Intelligenz von vielen Computern, weil Computerspielen gleich null. Dann lass doch lieber, das ist vielleicht ein hässliches Spiel, weil dann lass doch lieber die Autos weg. Bei gewissen Feuerwehr und sonst welche Simulator gibt es ja keine Autos. Aber da hast du schon wenigstens den Stress nicht. Ja, ist so, die denken nichts. Die sind fangesteuert. Ich meine, da geht es halbwegs noch. Es gibt so ein cooles Scheiß, aber Computermäßig gesehen. Cool ist auch laut dem Pixel auf Playstation kommen. Ich weiß, die haben noch viel zu kaufen und zu spielen. Aber sag ich, ich mag jetzt so ein Auto. Als Recht halt, er gehe oder sagen wir ein bisschen was. Oh, das war ja noch falsch. Ich tippe. Posi-Szenen. Machen wir wenigstens Kilometer. Ja, fahr, komm. Ja, komm. Boah, Alter. Das meine ich nicht, dass der jetzt nicht schnallt. Ja, blink, so. Scheißdrick, scheißdrick. Ich habe es auch nicht geschneit. Ich jetzt schlafe, was soll. Na, ihr Gott, das will. Soll ich 15 Kilometer noch mal fahren? Oh Gott, sagst du die Ficks. Ich habe es auch nicht geschneit. Die Ficks, das ist auch nicht geschneit. auf